willkommen zu einer neuen folge pokémon go und ich bin so im eimer aber es muss weitergehen ich muss nämlich heute was machen wenn ich das heute nicht macht dann hat das gar keinen sinn mehr dass ich überhaupt noch mal deswegen machen wir es heute morgen beginnt auch ein neues event die ganze woche ist ewig vollgestopft es wird so viel geben ich bin jetzt schon gespannt wenn ihr mal in den community tab schaut den ich gepostet habe haben wir schon 322 stimmen bei der nächsten umfrage hier steht kaum malat 63 prozent heatran 34 prozent mega rexbläser 3 prozent bester mann und eigentlich steht das was ich sagen will hier plus wir zeigen euch gleich noch mehr die woche wird wieder mal komplett vollgestopft denn momentan ist der plan folgena heute ist montag ja heute abend gibt es chill mit ramses der live stream montag abends wir gucken zusammen immer auf die pokémon go youtuber landschaft videos zusammen trinken bier alles was man halt so macht am montag abend dienstag spotlight stunde mittwoch raid mania donnerstag kaum malat raids für zuschauer freitag kaum malat raids für zuschauer samstag macholo community day sonntag raids nach wahl wo ihr hier abstimmen solltet kaum malat hitran mega rexbläser rexbläser brauchen einige leute noch jetzt hatten wir erst tour talk weil tour talk gewonnen hatte die erste wahl dann hatten wir glurak weil das die zweite wahl gewonnen hatte rexbläser haben jetzt noch nicht gemacht ich wollte eigentlich rexbläser auch mal machen jetzt hat es diese woche nicht gepasst weil kaum malat kommt ja ab morgen in die raids die leute drehen durch wegen kaum malat aber hitran kommt ja auch wieder in die raids die leute fragen machst du das auch für hitran ich wollte das für hitran machen jetzt habe ich den c den ich mit einberechnet und kaum malat wird hitran wahrscheinlich komplett verdrängen ich möchte euch jetzt aber erst mal während wir weiter erzählen noch das neueste shiny update geben es waren jetzt in letzter zeit wieder ein paar events ich habe wieder fleißig gesammelt habe wieder fleißig getradet habe geduckert wie auch immer wenn wir jetzt auf schillernd gehen habe ich aktuell jetzt 1260 schillernde pokémon jetzt muss ich mal gucken wie weit ich beim letzten mal war mit entwickeln und machen und tun geronimatz genau beim letzten mal geronimatz aus den raids und auch ein shiny wascher gewill entwickelt leider lucky da brauche ich also unbedingt noch eins und ja die anderen sachen pet sneave haben wir durch entwickelt die ganzen kostümierten haben wir durch entwickelt es würde also weiter gehen mit wenn ich das gerade richtig sehe mit den neujahrsevent pokémon also pikachu habt ihr ein pikachu bekommen im neujahrsevent schreibt es mal rein jetzt muss mal gucken 347 wo das zweite ist das zweite hat 702 ich entwickle natürlich wieder das höchste so um nochmal auf den plan direkt einzugehen wir wollen ja versuchen euch mehr mit einzubinden euch auch mehr gewalt über den kanal und den inhalt zu geben gerade in letzter zeit raids für zuschauer kommen sehr gut an immer wenn der neue raid boss kam wir haben zwar den discord server bereitgestellt und die telegram gruppe bereitgestellt damit ihr euch dafür abreden können für raids ich mache mein community raid meist täglich wo ich auch leute einladen aber das reicht natürlich alles noch nicht jetzt haben wir hier das neujahrs reitschu mit hut wir haben das neujahrs pichu mit hut in shiny und wir haben das neujahrs pikachu mit hut in shiny das auf jeden fall eine gute sache was noch wichtig war seht ihr hier nämlich flagmon das flagmon in shiny mit brille braucht man auch zwei stück weil eins muss man ja entwickeln wieder zu lamus mit brille mit 2021 brille aber was wir auch jetzt machen wollen kostümierte shinies ihr wisst bescheid ich habe eh gesagt januar wird vollgestopft weil jeden dienstag der fünfer raid boss wechselt ho-oh hat richtig reingehauen genessekt war etwas bescheiden muss ich sagen meistens haben die leute sich eins gegönnt und hatten dann die nase voll damit weil es eben nicht shiny sein kann weil es auch an sich nicht stark ist bei heatran ist wieder was anderes erreicht relativ gute iv ist ein cooles pokémon an sich kann shiny sein aber mal ernsthaft heatran hat erst vor kurzer zeit drei raid stunden gehabt war noch gar nicht so lang ist noch gar nicht so lang her dass das da war heatran ist eigentlich ja auch ausgelutscht trotzdem wäre es das erste mal dass wir raids für zuschauer mit heatran anbieten hmmm leider weiß ich nicht ob ich das einhalten kann weil wir kaum mal so sehr wichten ja serpifoy haben wir hier auch serpifoy war auch jetzt von der eine halbe woche natürlich dabei serpifoy brauchte man ein paar wir nehmen mal das das ist das kleinste das kleinste lassen wir so wie es ist serpifoy das mittlere machen wir eine entwicklung das große machen wir zwei entwicklungen damit das alles abgeschlossen ist der plan steht im prinzip im community tab jetzt mache ich dieses video wo wir noch ein bisschen drüber reden äh heute abend chill mit ramses montag ist also komplett abgesichert dienstag ich werde dienstag um 11 uhr sobald das erste heatran aufgeht trotzdem einen heatran community raid im community tab ankündigen für die leute die bock haben weil ich ja auch video mache im video dabei zu sein schaut auf den community tab es wird am dienstag ab 11 uhr je nachdem wann eins aufgeht ein heatran community raid geben ebenfalls dienstag aber auch die spotlight stunde 18 uhr im stream ihr habt also heute ein video und abends ein stream ihr habt am dienstag dann ein video nämlich den heatran raid und abends einen stream mittwoch habt ihr ein video da ist ja raid am mittwoch mit euren zuschauereinsendungen und alles und abends die raid mania also wieder ein video und ein stream jetzt haben wir hier das evo serp was man natürlich noch zu serp royal weiterentwickeln es ist jetzt schon brutal meistens ist zum ende der woche ist immer ruhiger geworden donnerstag freitag samstag sonntag war alles ruhig durch raids für zuschauer hat sich das natürlich jetzt mega geändert da wir ja samstag sonntag immer den aktuellen fünfer raid boss streamen wollen und bereitstellen wollen jeweils samstag sechs stunden sonntag sechs stunden für euch was jetzt heatran wäre ich weiß nicht ob das aber mit heatran wirklich aufgeht wie gesagt fakt ist wonach dienstag mittwoch ist so wie ich es gesagt habe donnerstag freitag werden wir jeweils 18 uhr eine stunde lang kaum mal art raids für zuschauer hosten wer da dabei sein möchte kaum mal art heftiges pokémon wer bonbons braucht wer gute iv braucht wer das shiny braucht jeweils eine stunde zeit donnerstag 18 uhr freitag 18 uhr könnt ihr beides mal mitmachen wenn ihr das system noch nicht kennt schaut es euch einfach mal an wer zuerst kommt mal zuerst sagt man immer trotzdem alle die in der stunde etten kriegen einen kaum mal art raid manche kriegen auch 3 4 5 haben wir ja bei praktibalk gesehen und dann ist ja auch schon samstag samstag ist der macholo si day eigentlich dachte ich okay samstag sonntag heatran raids ganz normal weil leute auch gefragt haben machst du auch heatran dann raids für zuschauer samstag macholo si day könnte ich theoretisch mit meinem account den macholo si day machen und mit einem zweithandy aber nochmal kaum mal art raids hosten falls da bedarf ist also während ich den si day spiel können wir gleichzeitig den si day stream und den raids für zuschauer stream verbinden und ähm von 11 bis 17 uhr auch kaum mal art raids hosten wenn die anderen mods da am zocken sind und keine zeit haben ist das nicht schlimm da reicht ja ein account und ihr könnt das ja mit einem account machen immer fünf leute da rein packen wunderbar hier habe ich jetzt auch kastatur noch übrig ich habe ja schon als das angekündigt wurde habe ich nicht gesagt ja einhal event sonst was hin und her ich habe gleich gesagt das kastatur event weil kastatur ja vermehrt auftreten sollte oder auch aus äh feldforschungen und so weiter und da habe ich drauf gehofft endlich scheinen die kastatur zu bekommen habe jetzt auch zwei stück bekommen hier ein weibliches hier ein männliches pass das ist das höhere von beiden das heißt das werde ich auch jetzt weiterentwickeln ihr seht angeber steht dran besser konnte der name nicht sein der plan ist also immer noch weiter samstag macholo si day zocken aber gleichzeitig kaum mal art raids hosten ich könnte samstag gleichzeitig die hitren raids hosten aber weil ich vielleicht alleine bin wäre sinnvoller kaum mal zu hosten denn das ist ja nur ein einer da ist nicht schlimm wenn vielleicht nur einer alleine in der lobby ist der schafft den ja bei hitren würde einer alleine jetzt wieder probleme haben oder selbst wenn es zwei drei sind die low level sind sagen sie boah ich gehe lieber raus ich habe angst das wollen wir natürlich nicht der sonntag wäre offen eigentlich müsste man ja weil man es versprochen hat dass man auch hitren raids macht wenn hitren da ist den sonntag raids für zuschauer mit hitren hosten jetzt bin ich aber in diesem in dieser zwickmühle hitren raids am sonntag weil man ja donnerstag freitag und samstag schon kaum mal lad macht oder hitren einfach komplett vernachlässigen das wird ein paar leute ärgern aber ihr habt ja trotzdem die rage stunde für hitren ihr habt eine woche zeit für hitren hitren war wirklich erst da häufiger da gibt schon ewiger als shiny ist jetzt auch nicht unbedingt das heftigste pokemon was man unbedingt braucht ich meine das ist ein feuer angreifer okay aber glaubt mir kaum malad ist einfach äh hat mehr einsatzgebiete kommt häufiger zum schuss sagen wir mal und momentan ist hier der Zwischenstand eh für Sonntag dass ihr kaum mal mal sehen wollt vielleicht ändert sich das nochmal wenn wir donnerstag freitag samstag schonmal euch mit kaum mal abfertigen werde ich nochmal eine umfrage starten übers wochenende für Sonntag vielleicht hat hat dann hitren plötzlich mehr stimmen als kaum mal Wenn es dabei bleibt, werden wir diesmal wohl keine Heatrain-Rates machen, in dem Sinne. Aber ihr habt weiterhin natürlich die Gruppen zur Auswahl, wo ihr das machen könnt. Und das sieht auch richtig cool aus, finde ich. Vor allem, dass das hier jetzt so rote Tentakel hat. Machen wir auch mal den Namen weg. Tenthandel, wunderbar. Sieht ja nicht gut aus. Habt ja auch einen Tenthandel bekommen. Freut ihr euch schon auf Shiny Bar Melin? Am Morgen 10 Uhr, neues Event. Sino-Event. Deswegen auch Kaumalad. Wie gesagt, ihr müsst keine Eier brühen für Kaumalad. Ihr könnt euch einfach beim Raid anstellen und ihr werdet eingeladen und fertig gemacht. Bei Praktibalk war es ja sogar so, am Wochenende, am Sonntag, als wir Praktibalk-Raids gemacht haben, Raids für Zuschauer, dass zwischendurch einer kam und ach, macht ja gar kein Genesekt. Wir haben gesagt, pass auf, es ist eh gerade etwas ruhig. Gibt fix Code und haben denjenigen, weil der extra explizit nach Genesekt gefragt hat, auch in den Genesekt-Rate vermittelt. Vielleicht kann man das kombinieren, bei Kaumalad auch. Man macht Kaumalad, 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 Kaumalad. Und wenn einer einen Wunsch hat aus dem Stream, der sagt, ich habe noch gar kein Heatran, könnte ich vielleicht einen Heatran bekommen, dass wir dem einfach einen Heatran geben. Zack. Aber wenn halt wirklich 90% Kaumalad wollen und 10% Heatran, weil die 10% noch gar keins haben, vielleicht können wir die 10% im Stream trotzdem mit abfertigen, mit Heatrans, aber den Rest einfach Kaumalad raten lassen. Es wird also eine heftige, spannende Woche. Ich bin jetzt schon richtig gehypt. Morgen Community-Rate natürlich. Ich habe alles bekommen jetzt, was ich bekommen wollte. Ich habe alle Shinies wieder vollständig. Kastatur hat mir ja gefehlt die ganze Zeit. Jetzt ist es da. Jetzt ist die Sammlung komplett. Kastatur ist am Start. Tendantel ist am Start. Die ganze Familie ist am Start. Die Kaumalad-Rates werden sicher reinhauen. Und für uns ist es ja eigentlich chillig zu posten, zu hosten, weil es ist nur ein Einer. Wir können euch unendlich zur Verfügung stellen und ihr könnt einfach rein und machen. Egal wie viele Leute ihr dann in der Lobby seid. Behaltet den Kanal also mal im Auge. Wer das noch nicht kennt, schaut euch das mal an. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Wir gehen immer auf Wünsche ein. Wir haben auch einfach zwischendurch mal einen Megatour-Doc gehostet, weil dann nachgefragt wurde. Wenn ihr mit uns redet, wir wissen, was ihr wollt und was ihr braucht, dann können wir uns auch anpassen. Wie sieht es bei euch aus? Wie fadet ihr die eineinhalb Woche? Freut ihr euch auf das Sino-Event morgen? Freut ihr euch auch auf Kaumalad? Werdet ihr bei Raids für Zuschauern dabei sein bei Kaumalad? Oder braucht ihr kein Kaumalad mehr? Habt ihr schon 600er hochgezogen auf Level 50 und 20 Shinies und so? Also schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten ist die Woche eben vollgestopft. Heute chill mit Ramses. Morgen Community Raid. Spotlight-Stunde Mittwoch. Raider Mittwoch. Raid Mania. Und Donnerstag, Freitag Kaumalad-Stunde für euch mit Raids. Stellt euch an. Wirklich, wer 18 Uhr direkt da ist, ist auch einer der Ersten, mit der eingeladen wird. Wer erst 18 Uhr 50 kommt, kann natürlich sein, dass da noch ein paar Leute vor euch dran sind, weil die sich vor euch einfach angestellt haben. Samstag, C-Day und Kaumalad. Und Sonntag, je nachdem, dürft ihr nochmal neu entscheiden. Das war ja nur vorläufig, diese Umfrage. Weil eben Kaumalad so sehr gefragt ist, habe ich gedacht, gut, mache ich den einfach am Samstag noch mit gleichzeitig, während ich C-Day spiele. Also, es wird Samstag nach dem C-Day nochmal eine neue Umfrage geben für Sonntag. Dann könnt ihr nochmal direkt zwischen Kaumalad und Heatrain abstimmen, was am Sonntag geratet wird. Heatrain ist also noch nicht ganz weg. Ihr habt immer noch die Chance auf Heatrain. Wenn Heatrain trotzdem aber eine ganz kleine Unterzahl ist, dann würde ich sagen, pack mal die paar Heatrain-Leute, die den unbedingt noch brauchen, auch als Pokédex-Eintrag einfach bei den Kaumalad-Raids dazwischen mit rein. Wir helfen euch. Wir gucken, dass ihr da alles bekommt, was ihr möchtet. Jetzt haue ich mich wieder hin, bevor ich mich noch übergebe und zusammenbreche. Wir sehen uns trotzdem heute Abend. Ein Bierchen heute Abend. Wir bringen den Kreislauf bestimmt wieder auf Vorderschwung. Das war es von meiner Seite aus. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und freut euch auf diese mega krasse, fette Woche. Wo ist denn hier? Aufnahme stoppen macht da unten. Das zeigt.